Hallo, ich bin der Felix und heute zeige ich euch, wie kann man am besten unterwegs, wenn man Platten hat, den Schlauch flicken. Wenn ihr keinen Schlauch vorhanden habt und wollt trotzdem mit dem Fahrrad fahren, dann sollte man ein Flugzeug haben. Das Flugzeug ist wichtig. Viele vergessen sowas oder brauchen nicht sowas. Alles falsch, nimmt nicht viel Platz weg, das Flugzeug, das ist immer so Schmirgelpapier und Flicken. Die sehen so aus wie Folie, aber die halten und kann man heimkommen. Manche nehmen noch so ein Stück vom alten Reifen, Rennradreifen am besten oder so, das Leder kann auch sein. Wenn der Reifen zufällig durchgeschnitten ist, auf die Glasscheibe oder sowas, dann kann man sowas unterlegen, reinlegen in den Reifen und dann kann man weiterfahren. Reifenheber und Luftpumpe. Das ist sehr wichtig. Ohne Luftpumpe kann man nicht aufpumpen, kann man nicht weiterfahren. Jetzt zeige ich euch, wie kann man den Schlauch flicken. Zuerst müssen wir das Vorderrad rausbauen. Hier haben wir Steckachse, also müssen wir das rausdrehen. Lacksche rausnehmen und vor dem Rad haben wir zwei Deckachse hinlegen. Und jetzt, wie soll man das Fahrrad hinlegen. Das Rad kann man hinstellen, aber das ist nicht so gut, dann geht der Lack hier unten kaputt, wird zerkratzt, das ist nicht so gut. Also, das Fahrrad soll man hinstellen, auf der linken Seite. Warum? Dass nicht das Schaltwerk da beschädigt wird, zerkratzt wird oder so. Blick mal das Fahrrad hin, passiert überhaupt nichts. Also, jetzt müssen wir den Reifen zusammendrücken, sodass der Reifen in der Mitte von der Felge kommt. Eine Seite, anderer Seite das Gleiche, sonst sitzt er in der Karbe von der Felge, dann kann man ihn nicht abziehen. Jetzt brauchen wir zwei Reifenheber, einsetzen, Reifen runterziehen. Jetzt nehmen wir den kaputten Schlauch raus und Fleck nehmen. Wie finden wir jetzt ein Loch im Schlauch? Also, wir haben eine Luftpumpe, kein Wasser, kein Fluss, nichts mehr und jetzt ist die Geschichte interessant. Nichts zu machen, doch, das kann man machen. Jetzt muss man den Schlauch aufpumpen. Das Loch ist so klein, dass man per Auge das nicht sieht. Das muss man jetzt aufpumpen. Und jetzt muss man so weitergehen, ein bisschen weiter. Jetzt nehmen wir die Pumpe ab und hier zu. Hier hat man sehr empfindliche Lippen und wenn da Luft rauskommt, dann melkt man sofort. Das ist nichts mit Riechen, nur mit Gefühlen. Ja, hier ist ein Loch, jetzt muss man Luft rauslassen. Hier haben wir ein Loch, da sieht man überhaupt nichts. Jetzt mit Schleichpapier aufrauen. Jetzt nehmen wir den Schlickzeug, drücken wir rauf und der Schlauch ist schon jetzt dicht repariert. Jetzt müssen wir den Schlauch wieder einsetzen. Jetzt müssen wir den Schlauch wieder einsetzen. Also zuerst das Ventil. Gleich ein bisschen aufpumpen. Der Schlauch ist schon jetzt rund. Also müssen wir den Schlauch wieder in die Felge reinbauen. Den Schlauch genau in die Felge rein drücken. Mit ein bisschen Luft. Dass er tatsächlich da in der Felge bleibt. Sonst wird er eingeklemmt und in null kommen wir nichts wieder kaputt. Jetzt haben wir den Schlauch in der Felge. Luft rauslassen. Jetzt muss man den runden Schlauch mit bisschen Luft in die Felge reinsetzen. Und der nächste Schritt den Reifen rein drücken. Jetzt sagen viele, jetzt muss ich einen Reifenheber nehmen, dass ich das da rein kriege. Ist falsch. Wir müssen den Reifen wieder rein drücken, dass er in der Mitte ist von der Felge. Und dann geht das auch ohne Reifenheber. Jetzt ist der Reifen drin. Jetzt müssen wir ringsherum rein drücken, dass der Schlauch in der Mitte ist und nicht irgendwo klemmt. Sonst wird er ganz schnell beim Fahren kaputt. Das heißt durchgescheuert. Jetzt haben wir den Schlauch schon drin. Jetzt nehmen wir die Luftpumpe und pumpen wir das auf. Und wir kommen gut heim. Wir haben genug Luft. Jetzt muss man den Ventil zudrehen. Und jetzt bauen wir wieder das Rad rein. Das heißt aufpassen, dass die Scheibe vom Scheibenraum sind. Am besten von oben die Gabel reinschieben. Steckachse reinschieben. Reinschieben. Reinschieben und rein drehen. Immer stark anziehen, dass das alles klappt. Da kann man nachschauen, ob die Scheibe funktioniert. Luftpumpe unbedingt nicht vergessen. Reindrücken. Satteltasche. Wieder am Sattel montieren. Ich hoffe, dass ich mit heutigem Video euch geholfen habe. Weitere Videos gibt es hier. Abonnieren hier. Und weitere Pannvideos, Hilfe gibt es hier. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Unterschied, freinsch cradle mitmögen. Auf yourseung. Und rechts. Und rechts. Und rechts. Essen.